Der FC Bayern München gewinnt mit 0 zu 7 in Bochum und untermauert seine Meisterambitionen immer deutlicher. Dortmund hat auch noch gepatzt. Was willst du mehr? Ganz früh sind die Bayern schon in Führung gegangen. Leroy Sané schießt das 0 zu 1. Und die Bayern hatten eigentlich von Anfang an alles im Griff, haben gar nicht irgendwie den Zweifel aufkommen lassen, dass sie die drei Punkte nicht mit nach Hause nehmen. Und Delecht hat endlich mal sein erstes Tor geschossen für die Bayern. Und ja, kann ich nur sagen, willkommen in der Bundesliga, was halt tormäßig angeht und vielleicht kommt noch viel dazu. Das 3 zu 0 dann durch Coman, auch einfach super rausgespielt, schönes Tor, gefolgt vom 4 zu 0 durch Sadio Mane. Und dann war das Ganze auch schon durch zur Pause. Und in der zweiten Halbzeit hat Bayern eigentlich genauso weitergemacht wie in der ersten. Ein bisschen runtergefahren, wegen Kräfte schon und so, aber man hat trotzdem weitergemacht. Mané dann mit dem Elfmeter zum 0 zu 5. Und als wenn es nicht schon bitter genug wäre für Bochum, schießt Gamboa auch noch das 0 zu 6. Und somit noch ein Eigentor hinterher. Also wenn alles mal schief läuft, dann läuft auch wirklich alles schief für den VfL Bochum. Und den Schlusspunkt setzt dann Serge Gnabry mit dem 0 zu 7. Und damit der höchste Saisonsieg für die Bayern. Und wieder die Tabellenspitze. Also wenn das so weitergeht, glaube ich, sollten die Gegner echt Angst haben, dass sie nicht abgeschlachtet werden. Aber naja, die Saison ist noch jung. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ciao.